Hallöchen allerseits und herzlich willkommen bei Wissen querbeet. Mein Name ist Anja und weil mein 80er Jahre TV-Serienquiz bei euch so super angekommen ist, gibt's zum Jahresausklang nochmal eins. Trotz des Titels wird es auch eine Handvoll Serien geben, die schon in den 70ern gestartet sind und bis in die 80er liefen. Das sehen wir jetzt mal nicht so streng, aber ich wollte es nur schon mal erwähnt haben, damit hinterher nicht gemotzt wird. Weil das beim letzten Quiz ein bisschen chaotisch war, dass ich manche Melodien länger und andere kürzer abgespielt habe und auch ein halbes Dutzend Copyright Claims dafür bekommen habe, mache ich das heute einheitlich und spiele von allem nur 9 Sekunden, zumal ich damit auch unter einem Copyright Claim bleibe. Ich hoffe auch, dass das bei allen Melodien klappt und man sie an den ersten 9 Sekunden erkennen kann. Ansonsten spule ich ein bisschen vor oder spiele 2x 9 Sekunden von verschiedenen Stellen. Das tüftle ich dann aus, wenn ich das Video zusammenbastle. Ja, gut, das reicht am Blabla. Ihr wisst, was zu tun ist. Viel Spaß und viel Erfolg! Fangen wir wieder mit einer Kinderserie an. Eigentlich stammt das Original aus dem August 1979. In Deutschland lief sie aber erst im Januar 1980 an. Jawohl, das war natürlich die rote Zora. Und diese Serie war mit damit verantwortlich, dass ich mir früher fast 15 Jahre lang die Haare rot gefärbt habe. Ich hatte außerdem einmal im Leben das Vergnügen, auf dem Weg nach Kroatien runter an der Festung Nehaj vorbeizufahren. Das war definitiv ein Highlight, auch wenn ich sie nur aus der Ferne sehen konnte. Und gleich noch eine Kinderserie, die viele von euch erwähnt haben. Kommt ursprünglich aus Japan, aber basiert auf einem schwedischen Roman, womit ich jetzt hoffentlich nicht zu viel gespoilert habe. Im japanischen Fernsehen lief die Serie vom Januar 1980 bis März 1981. Bei uns wurde sie erstmals August 1981 bis Oktober 1982 ausgestrahlt. Das war die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Ich habe die als Kind nicht sehr regelmäßig gesehen, kann mich aber durchaus an Bildfetzen erinnern und kenne sie auch von Wiederholungen in späteren Jahren. Auf jeden Fall ein sehr schönes Lied, wie ich finde. Als nächste Serie gleich mal noch eine von meinen Favoriten, die ich im ersten Quiz total vergessen habe, was ich gar nicht verstehen kann, wie das passiert ist. Ich habe diese Serie abgöttisch geliebt und die DVDs der ersten Staffel waren mein zweiter oder dritter Einkauf bei Amazon damals, vor über 20 Jahren. Die Serie stammt aus Großbritannien und lief dort von 1984 bis 1986. In Deutschland lief sie 1984 im ZDF, wurde ein paar Mal wiederholt, zuletzt 1995 auf Dreisat und dieses Jahr tatsächlich auf Tele 5, was komplett an mir vorbeiging. Aber ich schaue auch kein TV mehr, zumal ich Tele 5 leider nicht mehr reinbekomme, was ich wegen der vielen, vor allem schlechten Horrorfilme, die da laufen, echt schade finde. Ach ja, das war Robin Hood, beziehungsweise im Original Robin of Sherwood. Und für mich persönlich ist diese Verfilmung von Robin Hood einfach die, die sich am originalsten und stimmigsten anfühlt, aber vermutlich hat das auch nur wieder mit nostalgischen und sentimentalen Erinnerungen an meine Kindheit zu tun. Diese Serie hatte ich irgendwie komplett vergessen, obwohl ich sie auch sehr gerne angeschaut habe und einer von euch hat mich dann in den Kommentaren daran erinnert. Vielen Dank dafür! In Amerika lief sie von September 86 bis März 90 und die deutsche Erstausstrahlung erfolgte Januar 88 bis Juni 91 im ZDF. Ja, das war Alf, die außerirdische Lebensform. Ich gebe zu, ich hätte diese Serienmelodie jetzt nicht mehr zuordnen können. Ich hätte lediglich gewusst, dass ich sie kenne, aber zu welcher Serie sie gehört, das hätte ich nicht mehr gewusst. So, jetzt mal eine Seifenoper, die seit dem 23. März 1987 in Amerika ausgestrahlt wird, in Deutschland hingegen nicht mehr. Ursprünglich lief sie ab April 1988 auf Tele 5, ab Mai 1989 auf RTL Plus, wo sie bis ins Jahr 2000 lief. Ab Januar 2002 kam sie dann plötzlich im ZDF und wurde dann noch mehrmals verschoben von Sender zu Sender und Sendezeiten hin und her, immer wieder eingestellt und ist jetzt auch nicht so mega wichtig, dass ich das die nächsten 10 Minuten im Detail erklären muss. Auf jeden Fall gilt sie als eine der am längsten laufenden Daily Soaps der Welt und ich denke, man kennt sie entweder oder man kennt sie halt nicht. Das war natürlich reich und schön, das ganz zu Anfang noch auf Tele 5 unter dem Titel Fashion Affairs lief. Ich habe sie erst Anfang der 2000er zu gucken angefangen, als sie auf ZDF kam und das auch nur aufgrund von einer Freundin, weil die mal vorübergehend knapp zwei Wochen bei mir untergeschlüpft ist, nachdem sie sich von ihrem Freund getrennt hatte und sich das jeden Morgen anschaute. Eigentlich fand ich die Serie ganz fürchterlich, aber weil meine Freundin sich so große Mühe gegeben hat, mir zu erklären, wer wer ist und vor allem, wer mit wem in welcher Beziehung stand und jeder mit jedem schon mal was hatte und verheiratet gewesen war, bin ich ruckzuck reingekommen und dann doch irgendwie ganz schnell süchtig nach diesem Scheiß geworden. So, und dann kommen wir jetzt mal zur ersten Krimiserie. Sie lief in den USA von Dezember 1980 bis Mai 88 und wurde in Deutschland erstmalig Juni 84 bis Oktober 91 im ersten deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Ich denke, ob man die Serie geschaut hat oder nicht, das Intro kennt man auf jeden Fall. Jawohl, das war natürlich Magnum, der coolste Schnurrbart der Welt. Ich habe die Serie nicht regelmäßig geschaut, aber doch hier und da mal, wenn ich reingesappt habe und das Lied kennt man halt auch einfach irgendwie. Und Tom Selleck ist sowieso Legende, wie ich finde, der hat gefühlt auch überall schon mitgespielt. Ich mag ihn als Jesse Stone sehr. Kennt ihr die Serie? Habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen und war auch, glaube ich, immer recht melancholisch und lag ein bisschen schwer im Magen, aber ich fand das eine sehr, sehr coole Serie. Und gleich noch eine Krimiserie, wenn auch keine ganz typische, da sie auf junge Leute ausgerichtet war. In Amerika lief sie von April 87 bis April 91. In Deutschland kam sie erst Oktober 1990 an den Start und lief bis September 95 erst auf RTL Plus, das letzte Jahr auf RTL 2. In den Jahren 2012 und 2014 kamen auch zwei Kinofilme heraus, die auf der Serie basierten. Na, wer hat's gleich erkannt? Und das war 21 Jump Street, die in Deutschen noch den Anhang Tatort Klassenzimmer hatte. Habe ich damals auch sehr, sehr gerne geschaut. Ach ja, Johnny Depp, als er noch jung und knuffig war und noch nicht durch den Medienzirkus aufgrund einer komischen Scheidungsschlacht gezerrt worden war. Hier noch ein absoluter Favorit meiner Kindheit, die ursprünglich in den Jahren 1977 bis 1978 im Original lief und in Deutschland im August 79 im ersten Programm gesendet wurde. Da war ich dann doch noch etwas zu jung, ich habe die Serie erst in einer späteren Wiederholung in den 80ern gesehen und glaube Anfang der 90er auch nochmal. Hach, bei dem Lied werde ich immer noch sentimental. Das war Der Mann in den Bergen, was im Original The Life and Times of Grizzly Adams hieß. Im Nachhinein habe ich gar keine Ahnung mehr, worum es in der Serie eigentlich ging. Ich erinnere mich nur noch an das wohlige Gefühl, das sie bei mir ausgelöst hat und dass ich gerne einen Bären als Haustier gehabt hätte. Ja. Okay, kommen wir mal zu einer deutschen Serie. Sie lief von 1978 bis 96 im Vorabendprogramm im ersten und ich habe sie nur selten gesehen, aber da sie mehrmals von euch genannt wurde, nehme ich sie mit rein. Da im Titellied anfangs gesprochen wird, spiele ich neun Sekunden von weiter hinten ein. Jupp, das war auf Achse und ich muss sagen, ich hätte das Lied nicht erkannt, dafür ist es dann doch schon zu lange her, dass ich mal eine Folge gesehen habe. Allerdings habe ich genug Folgen gesehen, um Manfred Krug mein Leben lang mit dieser Serie zu verbinden. Bleiben wir mal bei den deutschen Serien. Diese hier hat meine Oma immer sehr gerne geschaut, ich selbst kann mich nur noch ganz schwach daran erinnern. Die Serie lief von 77 bis 92 im Vorabendprogramm im ersten beziehungsweise laut Wikipedia im Vorabendprogramm von SFB, SR und HR. Und kannte das noch jemand von euch? Das war Drei Damen vom Grill. Und obwohl da so viele bekannte deutsche Schauspieler mitgespielt haben, kann ich mich nur noch an Brigitte Mira erinnern. Von der Handlung her weiß ich auch nichts mehr, aber wie gesagt, die Serie erinnert mich an meine Oma und daher habe ich ein wohliges Gefühl bei der Erinnerung. Ja, und noch eine deutsche Serie, die ich dann wiederum sehr gerne als Kind geschaut habe. Sie lief von 85 bis 89 im ZDF, was mich gerade total verblüfft. Ich hätte schwören können, dass sie bis in die 90er lief. Im Jahr 2005 kam dann zum 20-jährigen Jubiläum. Im Februar wie auch im Dezember jeweils noch eine neue Sonderfolge, was ich dann aber nicht mehr mitbekommen habe. Ach, die Schwarzwaldklinik. Ich kann mich noch an den Namen Dr. Brinkmann erinnern, aber das war es dann eigentlich auch schon wieder. Aber wenn ich mir das Intro so anschaue, bekomme ich ein ganz starkes Gefühl, dass die Welt damals einfach noch so viel mehr in Ordnung war, als sie das heute ist. Ach ja. Gut, machen wir noch eine letzte deutsche Serie, bei der wir zu den Krimis zurückkommen. Derer hatten wir im letzten Quiz doch deutlich mehr. Die Erstausstrahlung dieser Serie fing im Oktober 1974 an, ging bis 1998 und lief im ZDF. Ja, das war natürlich Derek und laut Wikipedia ist das die meistverkaufte deutsche Serie der Fernsehgeschichte und wurde in über 100 Ländern ausgestrahlt. Hatte ich zwar irgendwo schon mal aufgeschnappt, aber dann doch wieder vergessen. Und es würde mich jetzt brennend interessieren, wieso es ausgerechnet diese Serie ist. Weiß das von euch zufällig jemand? Dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Dankeschön! Diese Serie hatte ich im ersten Quiz schon drin und habe sie dann für Remington Steel wieder rausgeworfen. Die Erstausstrahlung erfolgte von Dezember 81 bis Mai 90 in Amerika. In Deutschland lief sie von 83 bis 91 im ersten Programm. Jawohl, das war Falcon Crest. Ich weiß noch, ich habe die Sendung recht gerne geschaut und das Intro kommt mir visuell noch sehr bekannt vor. Aber wirklich an irgendwas erinnern kann ich mich leider nicht und das Lied selbst hätte ich vermutlich auch nicht zuordnen können. Genauso geht es mir mit der nächsten Serie. Das Intro sieht bekannt aus und klingt vertraut, aber ich habe keinen Plan mehr, wie genau der Ablauf der Sendung selbst war. Sie lief im Original von Januar 84 bis April 86 in den USA. Bei uns erfolgte die Erstausstrahlung im ZDF von 85 bis 89. Allerdings nur von 47 der 56 Folgen. Acht der neun ausgelassenen Folgen wurden dann 1990 auf ProSieben nachgereicht, eine letzte 1995. Das war Trio mit vier Fäusten und das Lied klingt irgendwie nach Sommer und Sonne, wie ich finde, während ich hier sitze und meine Wärmflasche knuddel und draußen der Sturm tobt und ich trotz 22 Grad im Wohnzimmer endlos am Frieren bin. Aber wenn dieses Quiz hochgeladen wird, haben wir die Wintersonnenwende bereits hinter uns und damit den dunkelsten Teil sowie die Hälfte des Winters bereits geschafft. Durchhalten, Leute! Der nächste Sommer steht quasi schon in den Startlöchern. Juhu! Gut, jetzt bin ich mal gespannt, ob einer von euch dieses Serien-Intro erkennt bzw. die Serie überhaupt noch kennt. Ich muss gestehen, ich hätte das Titellied jetzt weder erkannt, noch hätte ich sagen können, ob es mir überhaupt bekannt vorkommt. Es klingt einfach wie ein typisches TV-Serien-Intro. Aber die Serie selbst habe ich voll gerne geschaut, allerdings nur eine kurze Zeit lang und dann über ein Vierteljahrhundert total vergessen. Sie lief auf Sat.1 ab 1989 und meine Eltern hatten damals noch gar keinen Kabelanschluss. Aber dafür den amerikanischen AFN-Sender, auf dem habe ich sie dann gesehen. Herzlichen Glückwunsch und mega Respekt, wer das erkannt hat. Wer nicht, das war Max Headroom. Die Figur kommt ursprünglich aus dem britischen Fernsehen. Dort hat sie 1984 als Ansager für Musikvideos auf Channel 4 fungiert, wie Wikipedia mir verriet, das wusste ich bis dato auch noch nicht. Genauso wenig, wie dass es auch einen knapp einstündigen Film aus dem Jahr 1985 gab, oder gibt, in dem die Vorgeschichte Max Headrooms erzählt wurde, wie er zum Musikhost auf Channel 4 wurde. 1987 wurden die Macher des Films dann von dem amerikanischen Sender ABC angeheuert, um die Filmgeschichte auf eine Serie umzumünzen und während die erste Folge mehr oder weniger den Film in verkürzter Form wiedergibt, besteht die ganze Serie aus gerade mal 14 Folgen, von denen wohl eine bis heute noch nie ausgestrahlt wurde. Da habe ich auch wieder was Neues gelernt. Die nächste Serie lief von 1983 bis 1988 in Amerika und ab 1985 im deutschen Fernsehen. Ich habe sie eigentlich nur angeschaut, weil sie lief, wenn ich von der Schule nach Hause kam, allerdings nicht in der Erstausstrahlung, sondern erst Anfang der 90er Jahre. Entsprechend habe ich nebenher gekocht und gegessen und nicht immer sehr aufmerksam zugeschaut. Das war Hotel und auch bei dieser Melodie muss ich zugeben, dass sie mir zwar bekannt vorkam, ich sie aber nicht erkannt hätte. Je mehr dieser alten Serien ich gerade auskrame, umso krasser finde ich es, wie viel davon ich zwar noch halbwegs kenne, aber nicht mehr wirklich erkenne, weil es doch einfach schon eine Ewigkeit her ist, dass ich sie gesehen habe. Ganz anders verhält es sich hingegen mit dieser kurzen TV-Serie, die ich bis vor circa 6 oder 7 Jahren bei wirklich jeder Wiederholung im Fernsehen angeschaut habe, die ich erwischen konnte. Die originalen drei Staffeln wurden im November 85, im August 87 und im Februar 94 in Amerika ausgestrahlt. Bezüglich der Erstausstrahlung in Deutschland steht bei Wikipedia leider nur Januar 87. Diese Melodie erkenne ich jedoch sofort unter Tausenden heraus. Ja, das war Fackeln im Sturm und ich habe eine besondere Erinnerung daran, wie ich die ersten sechs Folgen das erste Mal mit meinen Eltern in einer langen Silvesternacht auf Video angeschaut habe. 1987 auf 88. Und das auch nicht in Deutschland, wir lebten damals woanders. Die Serie basiert übrigens auf drei Büchern von John Jakes, die ich damals ebenfalls gelesen habe. So fasziniert war ich von der Geschichte. Allerdings habe ich es etwas bereut, denn die Bücher sind natürlich wie immer doch in einigen Punkten ganz anders, als sie dann verfilmt wurden. Die habe ich allerdings im Laufe der Jahre wieder vergessen, so dass ich die Serie dann immer und immer wieder angucken und als eigenständiges Werk genießen konnte. Ja, und wie ich gerade erwähnte, habe ich einen Teil meiner Kindheit nicht in Deutschland verbracht, so auch zu der Zeit, als diese Weihnachtsserie in Deutschland im TV lief. Es ist eine deutsch-schweizer-österreichische Produktion aus dem Jahr 84 und ich kenne sie nur vom Namen. Aber da sie einige Male in den Kommentaren von euch erwähnt wurde, dürft ihr sie jetzt erraten. Ja, das war Patrick Packard und ich habe die Serie auf jeden Fall auf meiner Liste stehen, dass ich sie irgendwann in meinem Leben gerne mal noch anschauen will. Ich habe bei Wikipedia nur den Anfang der Beschreibung gelesen, um mich nicht zu spoilern und das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Die nächste Serie ist nochmal eine Kinderserie und ich habe sie sehr häufig geschaut, selbst als ich schon Teenager war, weil man richtig viel von lernen konnte, was aber auch das Ziel der Serie war, womit ich jetzt hoffentlich nicht so viel gespoilert habe. Ich wusste gar nicht mehr, dass es eine französische Produktion war und sie schon 1978 in Frankreich erst ausgestrahlt wurde. Bei uns begann sie 1980 im ZDF und ich habe sie erst viel später angefangen und bis in die 90er immer wieder geschaut, beziehungsweise gab es eine ganze Reihe mit verschiedenen Inhalten, die ich immer wieder querbeert, querbeert, querbeert angeschaut habe. Weißt du, wie viele Sterne stehen und wohin die Flüsse gehen? Sag mal. Das war natürlich, es war einmal der Mensch und das Lied 1000 Jahre sind ein Tag von Udo Jürgens. Ich habe mich nie mit Udo Jürgens Musik befasst, aber ich muss gestehen, dieses Lied hat mir echt gut gefallen damals. Vielleicht wegen der Serie, vielleicht auch wegen des zeitlosen Textes, keine Ahnung. Aber ich habe es mir gerade für das Quiz hier nochmal angehört und kann nur sagen, dass ich es heute nochmal ganz anders fühle als damals. Joach, die letzte Serie ist nochmal eine amerikanische, die von 1986 bis 1995 in der Erstausstrahlung lief, in Deutschland ab 88 im ZDF und kam ab 93 bei ProSieben. Das war Matlock und wie bei so einigen Serien hier, weiß ich nur noch, dass ich sie gerne geschaut habe, aber nicht mehr so wirklich, was darin vorkam, außer dass Matlock ein Anwalt war. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Quiz so viel Spaß gemacht, wie das erste und wie es mir auch Spaß gemacht hat. Ich hoffe auch, das Quiz kommt nicht so chaotisch rüber, wie es mir gerade vorkommt. Ich habe mich 593.000 Millionen mal versprochen und musste immer wieder neu aufnehmen und habe das Gefühl, ich habe trotzdem mindestens fünf Dutzend Versprecher noch oder falsche grammatikalischen Formen übersehen. Also seht es mir bitte nach. Ach, es ist 6.40 Uhr am Morgen, ich bin langsam ein wenig durch. Ich würde mich trotzdem über einen Daumen nach oben sehr freuen, wenn ihr euch unterhalten gefühlt habt und wenn ihr dem Kanal folgt, freue ich mich noch um einiges mehr und ihr könnt euch sicher sein, dass da noch das eine oder andere Quiz über TV-Serien, aber auch Filme folgen wird. Meine Güte. Wie schon beim letzten Mal, könnt ihr mir natürlich wieder Serien in die Kommentare schreiben, die ihr künftig noch erraten wollt. Auch wenn die sich mit der Zeit vermutlich alle wiederholen werden, aber ich habe eine Datei, in die ich alle hineinschreibe und da sehe ich ja dann, was schon erwähnt wurde. Ansonsten wünsche ich euch frohe und gesegnete Weihnachten und schöne Feiertage im Kreis eurer Familie. Genießt sie, selbst wenn es stressig ist oder ihr euch streitet. Ich will jetzt die Stimmung nicht wieder runterziehen, aber bedenkt, dass der Tag kommen wird, an dem sie nicht mehr da sein werden und der kommt oft schneller, als es einem Recht ist und dann wünscht man sich sogar die Streitereien zurück. Ja, und wenn ihr an Weihnachten einsam und allein seid, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann gibt es von mir einen Knuddler, denn ich werde die Tage auch in erster Linie allein mit dem Erstellen weiterer Videos verbringen und meine Mama ist auch schwer damit beschäftigt, Weihnachten zu verdrängen. Wenn wir dann alle aneinander denken oder uns in den Kommentaren treffen, sind wir alle nicht mehr ganz so allein, okay? Ihr Lieben, macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüssi, eure Anja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020